herzlich willkommen zum neuen video von genau heute mit kabel space program und ich habe mir folgendes überlegt ihr schreibt einfach mal in die kommentare wo es hingehen soll wegen mir ein rover zum mond whatever da ist euch alles offen ihr schreibt es in die kommentare ich werde es versuchen zu bauen je nach möglichkeit wenn etwas doppelt dreifach vierfach whatever vorkommt dann werde ich das natürlich nur einmal probieren ja das sollte noch schon gewesen sein ich wollte euch nur bescheid sagen und ja dann sehen wir uns beim nächsten video von kabel space program